Äh, die haben mir eigentlich schon ganz gut gefallen, die, äh, Dinger, die ich hatte. Hm. Ihr kennt sie nicht, die Wikipedia, die Tom und John heißen. Jim, bitte. Jim. Jim. Tom, John und Jim. Ja, Jim Grun und Jim Baird. Und Tom, äh, Tom Grun. Tom Grun. Oh, meine Füße sind so kalt. Meine auch, weil das Fenster hier auf ist. Ich mag das nicht. Über den Schnee. Das mag ich. Das, was sie sonst macht, nicht, oder was? Das, was sie sonst macht, nicht, oder was? Oh, da ist eine Toilette. Oh, da ist eine Toilette. Wir mussten ihnen dienen. Äh, hier war noch ein L1, oder was? Ihre Kriegsfürstin Siv weitete ihre Macht ohne Skrupel aus. Hier. Äh, hier war doch grad ein L1. Ich hab's gesehen. Hä? Hier war doch noch ein... Hier ist noch ein L1. Hier ist ein... Vor tausend Jahren wurde Falkenheim von einem großen Nordischen Reich beherrscht. Ach, klar. Die Erde hatte es verschlungen. Inzwischen hatte der Regen die Vergangenheit stellenweise wieder herausgewaschen. Wo gehst du hin? Ich frage mich, was noch unter der Erde begraben liegt. Wollte da mal gucken, was hier ist? Ich glaub, hier müssen wir am Ende hin. Jetzt müssen wir die hier kaputt haben und die haben uns gesehen. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Boah, so ein richtiger Ausholschlag und diesen Fast-Run-Hit. Boah. Wir so. Also, wir können uns aufteilen. Einer geht zur Statue und einer geht zum Türmchen. Meinst du, das klappt? Ich geh zum Turm. Okay. Dann hauen wir uns wesentlich gegenseitig. Ich... Huch! Ja, so. Stimmt. Oh nein! Die werfen mit Feuergranaten! Dein Lieblingsspiel... Oh Gott, hier sind zwei. Hier sind vier bei mir. Weißt du nicht, was bei dir abgeht? Bei mir sind vier. Fünf. Ich korrigiere. Bei mir sind zwei. Oh. Ich... Revenge! 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 Hast du das auch? Okay. Ich hab ja auch Zerstörungs-Dingsis. Stellt mir grad so auf. Cool. Wie auch immer, er nicht getroffen hat. Was? What the frick? What the frick? Ich komm mit diesem Charakter nicht gleich. Ne, der ist so langsam, ne? Gott. Ich bin gleich tot. Alter. Nein! Ich bin tot. Ich bin weggerollt. Oh nein, ich sterb auch gleich. Es ist gut, dass du auch verstirbst. Das heißt nicht, dass ich schlecht habe. Guck mal, der andere kommt zu dir. Nein! Nein! Du hast ihn. Lauf weiter! Schubst ihn runter oder so. Belebe mich wieder. Ich hab Angst, ich renne weg. Belebe mich wieder. Ja, ich komm zu dir hin. Fünf Sekunden. Du bist zu weit weg. Ich komm ja nicht schnell genug hin. Tschüss. Hi. Jetzt bin ich da. Dich verfolgt da immer noch einer so. Den mach ich grade mal weg. Ich heil mich grad mal. Wir spielen heute nur die Story. Ja klar. Oh mein Gott. Hab was hingekriegt. Ähm. Da hinten haben wir die. Ich regenerier mich grad ein bisschen. Ich steu euch so ganz gut, um so ein bisschen Steuerung ein bisschen zu lernen, finde ich. So, ich geh jetzt hier wieder zum Turm. Ich komm jetzt mit dir, weil... Okay. Ich halte das für keine gute Idee. Klau mir doch nicht mein. Nimm den eigenen. Okay. Immer greifst du die an dich an Visier, weißt du? Das sind ja nicht mal Special Boots. Ist doch egal. Oh fuck, den wollte ich gar nicht. Oh. Keine Ausdauer. Ich auch nicht. Hab ihn. Da ist was zum Zerstören. Es brennt schon wieder. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay. Ich stehe hier noch und brenne. Ich stehe hier und brenne und nun wird alles gut. So viel Schaden. Ja, das ist eklig. So, was müssen wir machen, um das auszuschalten? Äh, da oben den Dude zerstören. Kriegsblutgefangene. Ich musste sie befreien. Oh fuck. Oh, ich wollte ihn, ich wollte mit ihm rennen. Wie geht das? Oh verdammt. Ich wollte eigentlich einen runterstürzen. Ich guck mir nie die Kombos an, weil wir eh mal die Chars wechseln, weißt du? Das ist ein Problem. Das war, ähm, in einem von den Tutorials, äh, XX. XX? Also, Viereck, Viereck. Achso, Viereck, Viereck, X, ne, Viereck, XX oder was? Nein, 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 Viereck und dann nochmal Viereck. Achso. Äh? Warte, jetzt. Okay. Und wenn du deine Wand triffst, dann, ja, wenn du deine Wand triffst, dann machst du das noch. Bäh! Mach aber keinen Schaden, hier kannst du was aufhauen. Kann ich ja erstmal unseren Freundchen befreien. Na. Geht's hier runter? Ne. Da geht's runter. Hier kann man was machen. Ich mach mal was, ne? Oh! Ach, tschüss. Hier ist noch was zum Zerstören. Ich sammle das mal, ne? Ich wusste ja nicht, dass wir da runterkleiden. Ich dachte, ich würde da was kaputt machen. Oh. Hätt's auch außen rumlaufen können, das wär schneller gegangen. Hier. Wow. Was ist denn hier noch? Hier ist nix anscheinend. Ah, hier gibt's Feuergranaten. Jawoll! Oh, nein! Da hinten liegen noch welche. Ich bin schon wieder so gut wie tot, ey. Ist ja schon komm. Der hat sich noch eine genommen. Ja. Hier ist nix. Durch unser Vorbild haben wir Ritter den Wikingern ungewollt die Kunst der Belangung beigebracht. Hast du das Alliance gemacht? Ich glaube, im Gegenzug brachten sie uns bei, frei zu leben. Vier von fünf. Ja, eins zählt noch. Und das ist bestimmt da hinten. Ich glaub, das war hier. Ich hab's schon gesehen. Hier ist was, hier ist nix. Die Wikiner beten die Götter des Waldes, des Sturms und der Steine an. Die Götter der Samurai sind die des Feuers, des Windes und der Gedanken. Ah, da hinten ist es. Die Götter der Ritter sind Eisen, Stahl und Gold. Yay! Und die Macht. In dem Punkt sind wir uns alle einig. Ist die große Statue in L1, guck mal. Oh, was? Oh. Wir müssen jetzt eh noch zur Hauptfestung retten. Äh, rennen. Hm? Wir kannten uns schon. Ich glaub nicht, dass den Schrei einer gehört hat. Ich weiß, du bist es! Ich hätt ne komische Stimme. Ich weiß, du bist es! Ich schätze, das war das Zeichen. Nein! Der Dude ist ein bisschen hängen geblieben. Der will doch nur kämpfen. Ich glaub, da hat einer geschrien. Hm? So, ist die Statue in L1? Hm, ich seh nicht. Oh, es fehlt aber nur noch eins. Jaja, aber es kann ja noch oben an der Tür sein. Stimmt. Vielleicht ist es oben an der Tür. Das willst du jetzt haben, ne? Das L1. Ja, aber wenn nur eins fehlt, ist das ja traurig. Schrei sofort, wenn du eins siehst. Okay. Das wäre jetzt natürlich doof, wenn du eins hast, was ich nicht hab. Und ich eins hab, was du nicht hast. Oh, da, 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 da! Wo, 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 wo? Große rote Stein-Dingsi. Rechts. Großer roter Stein-Dingsi rechts. Was? Wo? Hier unten, unten. Wo bist du? Hier, wo? Ach, da! Ich dachte, du wärst hier oben. Hä, wo denn? Hier oben. Hochzus gucken. Hä? Ach, da! Ach, du großer Gott! Eher Ruhm ein Wikinger erwirbt, desto größer ist seine Legende nach seinem Tod. Äh, wir müssen wohin da hin? Doch im Gegensatz zu uns fordern ihre Götter, dass sie diesen Ruhm... Ach, ne, wir müssen da jetzt zu unseren Leuten da hinten. Zu unseren Leuten? Ach, da ist das X. Ups, voll in die andere Richtung. Oh nein. Hier ist ein Pfeilhagel ausweichen. Aber wir haben alles, das ist schon mal gut. Ja! Endlich mal ein Level, wo wir alles haben. Ich bin so stolz auf uns! Hallo, Jungs! Kommt mit! Attacke! Achso, wir mussten die jetzt abholen. Ja, das Zeichen war nicht genug. Okay. Schlag die Feinde zurück. Nun hatte der wahre Kampf begonnen. Aha! Wie ich da reingerollt bin. Endlich später! Oh Gott. Weißt du, was ich jetzt mache? Auf meine Ab... Achtung! Was? Oh. Da darf ich jetzt keine reinwerfen, da ist Lou drin. Aua! Aua! Wie hier Helga hier alles klaut. Helga? Ja, keine Ahnung, wie die Blonde heißt hier mit dem Goldheld. Helga klaut alles. Wie kriegt man denn hier diesen Buff? Das ist kein Buff. Das ist die Flagge. Da müssen wir die Gegner einfach nur zurückholen. Ah! Plünderer! Ich kann sie nicht ernst nehmen! Mit ihren zwei Äxten. Plünderin! Ach, bei dir sagt er Rinn? Ja. Bei mir Rinn, Plünderer. Ja, weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin. Sie haben alle Angst vor ihr haben. Plünderer! Ich bin ihrem Guard! Hoi! Hi! What up? Ich hab eine große Axt. Und du mit deinen zwei Kleinen? Wie sie grinst. Was machst du denn beim Kriegsblut-Clan? Du redest zu viel. Inga. Keine Ahnung, wie sie heißt. Oh, sie wackelt mir den Hintern so. Oh, yeah. Sif, ach ja, Sif! Ich tu so. Aber der Kriegsblut-Clan hat er mich. Okay, ich lass dich mal kämpfen. Vorhin wurde geschrieben, dass wir ja For Honor haben sollen. What? Haben wir einen Betäubungsschlag? Hä? Haben wir einen Betäubungsschlag? Hab ich schon! Hab ich schon die ganze Zeit gesagt. Nur wenn du es da nur nicht gesehen hast. Guck, hier. Warte, ich mach noch einen. Oh nein, sie swooscht, sie swooscht! Ich bin tot. What the fuck? Sie ist rumgeswuscht. Ich hab das mal geklärt. Lebst du mich noch wieder? Moment, ich muss ihr den Hals kurz ausrecken. Und dann, ja. Ha, ich lebe! Wir waren endlich wieder vereint. Ja, ich bin zu unvorsichtig bei den NPCs. Es war Zeit, unsere übrigen Gefangenen zu befreien. Ich fand den Wolf-Typen viel schwerer als du. Ja, das war aber wegen dem Wölfen. Check ihn so ab. Huch. Was hab ich zu denn? Es ist der Seher aus Asterix und Obelix. Fikinger suchen die dich noch nicht, Arschen? Alter Kumpel! Oh, berühmtes Brüste. Ich hab auch Brüste. Mich umarmt dann nicht. Ja, der hat die Frau da bei mir auch nur doof angeguckt. Enttäusch mich nicht, Jao. Jao. Hi. Shaken me your hands. Mein Name ist Jeff. Wetten, der wird uns ja enttäuschen. Ich seh's schon kommen. Aber sein Bär hat ein Nasenpiercing. Zeit, unser Geburtsrecht einzufordern. Stimmt. Das ist ziemlich cool. Ein Anfang. Ein Anfang. Erfolg freigeschaltet. Alles eingesammelt. Oh, ist das befriedigend. Oh, alles eingesammelt. Oh, ist das befriedigend. Oh. No, 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 no. Stärkende Paraden, Stufe 1. Uh. So viel Story-Erfahrung. Jao, ist das ein neues Elder Scrolls? Gab's da einen? Jao, das war einfach nur so ein Schürst für Wikinger. Oh, wir kommen jetzt nach Odengard. Holz, Eisen und Stahl. Ja, jetzt kommen wir nach Odengard. So, so. Was gibt es denn in Odengard? Eine Katzin. Alles wie immer. Einfach. Eine uralte Form. Und ein Anführer, der nicht an vorderster Front kämpft, ist kein Anführer. Man nennt uns Kriegsfürsten. Den Titel muss man sich verdienen. Wir sind der Schild unseres Volkes. Und wir werden nicht fallen. Ich glaub, das sind einfach nur Charaktervorstellungen, die Katzinze. Das check ich jetzt erst. Jetzt kriegen wir nämlich den mit dem Schild. Ja. Jojo. Du hältst 15 Sekunden lang für jede Parade einen mittleren Schadensboost. Ne, das schaff ich zu selten. Ähm, wieso bin ich nicht drin? Du lädst noch bei mir. Mh. Jetzt bist du recht drin. Nicht! Und lauter bist du auch wieder. Guten Tag. Netzwerkfehler. Hallo. Na? Ich melde bei Lu jetzt erst mal ein beleidigendes Emblem. Okay, mach das. Ich hab dich eingeladen. Jetzt mach dich bitte wieder leise. So ein Stress. Ja. Ubisoft. Gut. Ubisoft. Soft Ubi. Ubisoft. Softie Ubi. Jetzt bist du drin, ne? Yay. Ich bin drin und ich hab nen Bär mit nem Nasenpiercing. Und nen Schild. Und nen Schild, ja. Ein Warlord sind wir jetzt. Ein Warlord. Guter. Guter. Laden, 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 na? Im Benutzer der Fintenspielen erhältst du keine Erfahrung. Wir würden Schiffe brauchen. Und ich hatte schon viel zu lange nicht gekämpft. Oh. Oh. Ich stehe auf dem Stein hier. Hallo. Moment, ich musste gerade trinken. Juhu. Hallo. Hi. Wie er läuft? Ich habe eingekackt. Ich habe eingekackt. Oh. Ist das komisch, dass wir uns nur beim Ersten immer aussuchen können, wie wir aussehen und dann nicht mehr. Konzentrierte Schläge. R1, R2. R, B, R, T. Was ist das für Sinn? Oh, nein. Ich verpfasse die Exekution immer. Moment, ich muss das gerade mal... Ich muss mal eben in die Aktionsliste gucken. Okay, mache ich das auch. Tosender Sturm. Nicht L3 plus 4 Eck. Okay. Hä, warte mal. Wenn du L3 drückst, rennst... Nicht im Deckungsmodus. Ja, ja, mache ich ja gerade. Dann mache ich den hier. Ich dich da nur so im Hintergrund sehe. Zermalmender Sprung. Zermalmender Sprung-Kombo. Was? Oh, yeah. Okay, cool. Aber nochmal, ist das dann... Ah, okay, das ist... Ah, das ist... Darauf zu rennen und dann... Nee, okay, das hier ist dieses L3 und Viereck. Das ist nämlich Rennen L3, heißt es immer. Und nicht L3 drücken. Ah, echt? Ja, aber du kannst auch L3 drücken. Und dann macht er so einen Step nach vorne. Und dann kannst du so machen. Hä? Weißt du, das dachte ich, ist gemeint. Aber eher mein Rennen. Nee, nee, mit den beiden Sprinten immer. Oh, der hat eine Goldrüstung. Hm. Da ist er. Da ist er. Ui. Was? Die Region hatte unsere Stellung nicht gut befestigt. Okay. Hier ist was zum Zerstören. Sehr, sehr gut. Es sind immer noch zwei Krüge über. Das geht nicht. Ich störe sie doch einfach. Ich muss das Tor öffnen. Ich nicht ja auch. Hinter dir ist einer. Das ist schön für denjenigen. Kann ich den schubsen? Ah, haha. Du kannst hier jetzt mit anrennen und Viereck zu schubsen, ne? Ist halt Wikinger-Move, ne? Du kannst hier auch so schubsen, wenn du einfach doppelst. Hallo Monsterhund. Oh. Wenn du einfach doppelt... Ah, fuck, hier drin will ich nicht kämpfen. Auf engen Raum ist nicht cool. Okay, du bist schon reingegangen. Cool. Wie macht man diesen Kopfnuss-Move? Kopfnuss-Move? Kopfnuss-Move vielleicht. Hä? Ups. So kann man hüpfen. Ja, das hab ich schon gemacht vorhin. Toll, wie du ihn wegschubst, während ich ihn gedings hab. Oh, so kann man nicht schubsen. Ab ihn. Hier ist was zum Zerstören. Wie kannst du das mit dem besser als ich? Ich bin verwirrt. Vielleicht ist das heimlich mein Charakter hier. Vielleicht ist das voll dein Dud. Da oben gibt's wieder Feuergranaten. Oh, nein. Damasko-Misco. Damasko-Misco? Oh, schade. Das ist zwar nicht hoch genug. Oh. Will ihn anspringen. Das passiert gerade. Oh, er hat's geblockt. Ach, du warst das. Ich dachte gerade, da will ich ein anderer anspringen. Cool. Uh. Äh, ich hab ihn noch getroffen. Oh. Das ist irgendwie... Ha. Warum stirbt der nicht? Der Typ hier, ne? Ja, ich dachte, der wär fast tot. Deswegen bin ich weggegangen. Verstehst du auch nicht. Oh, jetzt exekutierst du ihn. Ich wollte das die ganze Zeit machen. Deswegen hab ich so lange gebraucht. Bei mich hat er die ganze Zeit geblockt. Der Penner. Ja. Gibt's doch bestimmt L1s. Da läuft einer weg. Oh. Das sind voll viele Dudes. Ich mach hier gerade erstmal die kleinen weg. So. Oh, das sind echt viele. Oh. Oh. Der Axt-Dude. Haut mir von hinten auf den Kopf, ey. Äh, ich seh nix. Ich musste da weg, ne? Ich war fast tot. Ähm. Fest, fest hier gerade vorsichtig. Holy shit, die kommen ja alle zu mir. Was soll das? Geht weg. Oh nein, ich fall gleich. Wie, die alle zu mir kommen? Ah, ah. Ich bin fast tot. Ah. Ich muss wegrennen. Wieso kommen die alle zu mir? Ich weiß nie, wo du bist. Ich bin auf der Brücke hier. Ich hab immer keinen blassen Schimmer. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Komm raus. Wo bist du denn? Ja, auf der Brücke. Da, wo du gegen die Dudes gekämpft hast, weitergegangen. Und dann in den Tour. Du bist ja, wenn du weiter rein rennst, natürlich bist du dann nicht besser. Du so. Nee, die waren doch alle bei dir. Ja, das sind halt auch mehr. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Ja, ich bin wieder zurückgerannt. Ja. Keine Hilfe. Bin ich Heilung drauf? Hallo, Grafikglitch unten rechts. Ich brauch auch Heilung. Ja. Keine Ahnung. Ich werde jetzt sterben gehen. Ich bin tot auch. Einen hab ich. Oh. Irgendwie ist das nicht sehr effektiv. Oh, so kann ich ein Headrat machen. Es ist schön, dass sie auch nie wiederkommt, weißt du? Fall runter. Nein, der ist nicht runtergefallen. Geh doch. Did it. Es ist schön, dass du es geddidit hast. Ah, es kommt neue. Ja, das sind die, die gerade zu mir kommen. Jetzt bin ich weggerannt, damit sie zu dir rennen. Hä? Manchmal greif ich dir irgendwie nicht an. So. Hallo. Hi. Alleine Lasserin. Ja, wenn du einfach vorrennst, du hast mich alleine gelassen. Du willst jetzt nicht hier auf dem Schiff kämpfen. Wo willst du denn hin? Was hast du denn vor? Guck mal hier. Wärst du nicht vorgeprescht und hättest die Insel getriggert, hätten wir die alle schön so. Ja, dann renn halt das nächste Mal zurück. Du bist auf die... Du hast die doch auf der Brücke schon alle aufgescheucht. Ja. Ja. Hä? Wie blockt der Sachen ohne mich anzugucken? Also... Ich bin gleich tot. Ach, ich will ihn immer... Ach, fuck, hier sind ja noch mehr, Alter. Hm. Das hat nicht so eine weite Reichweite, wie ich dachte. Nein. Nein, lass mich meine Ausdauer wiederholen, bitte. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ach, das warst du! Ach. Nein, ach, der macht ständig unblockbare Angriffe. Wie, du bist gestorben. Ja, sehe ich so aus, als würde ich mit dem Helden klarkommen? Nein. Nein. Ich hätte eine bessere Heilung ausrüsten sollen. Nein. Wie, der immer blockt. Der blockt alles weg. Bei mir hat er ständig unblockbare Angriffe gemacht, weil ich nur geblockt habe. Er blockt alles weg. Weil ich nicht da wegkam und keine Ausdauer hatte. Er macht auch... Ja. 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 Ich bin tot. Ja. Ja. Ach, ja. Schnuppelpuff. What the fuck? Der hat mich aufgespießt. Ist das der Penner, ja, ne? Jetzt ist er tot. Kannst mich wieder erleben. Ja, Moment. Ich bin ein bisschen weit weg. Ich weiß nicht. Ich schaffe. Ach, danke. Hier rein. Okay. Okay. Ich folge dir jetzt. Würde du nie sagen, kannst du dich allein gelassen. Ich hab die nicht gesehen. Entschuldige. Wow. Weißt du, jetzt macht es so. Ja, was? Das ist der Held ist. Das ist der Held ist. Gott, wie man es macht. Das ist echt verkehlt bei den Typen. Nein, das ist nicht Multiplayer-Gegener. Das ist die Story. Oh, da ist ein L1 im Wasser. Die Wikinger hatten ihre Siedlungen und Werften über Jahrzehnte errichtet. Jahrhunderte. Es dauerte kaum mehr als ein Jahr, bis sie alle verfallen waren. So, da kommen wir nicht hoch. Hier geht es nicht lang. Was ein Stress. Ist so. Immer wenn du weggehst, ist Stress. Du machst es halt aber auch so Stress. Warte, warte, warte. Geh nicht da rein. Ich denke mal so Panik. Oh, fuck. Du darfst doch nicht rein, das ist so fein. Oh, Schnuffel. Oh, Gott, das brennt ganz schön viel weg. Ja, deshalb. Guck mal nachher. Nein, du kannst... Hallo, hier ist... Ja, kann ich nicht. Ich meine, der ist nicht special. Trotzdem war das jetzt ein bisschen doof. Es ist egal, was ich tue. Es ist immer doof. Ja, immer wenn du mir nicht hilfst, ist doof. Ich wollte dann gucken, ob ich das so weit drehe. Nein, kann man nicht. Und was ist... Du hast mir auch nicht geholfen. Doch. Du bist einfach weggerannt. Nein, erst bist du weggerannt. Und dann hast du dich beschwert... ...dass ich alleine auf der Brücke stand und nicht mehr weggam. Ich kann schon alleine gegen die ganze Zeit. So, wir machen jetzt hier die Tür auf. Weil du weggerannt bist. Oh mein Gott. Hörst du sie alle? Hi. Hi, du. Ich muss zu der Balliste. Geh jetzt an die Balliste. Tschüss. Okay, viel Spaß. Schießt jetzt alle weg da. Oh, ich kann die nicht so weit drehen. Ich geh an die andere Balliste. Okay, geh mal an die andere. Ah doch, ich kann sie drehen. Okay, alles gut. LT zum Zoom. Uh. Ich spiel jetzt ein bisschen Bowling hier. Gott, ist das schwer. Die Mogenschützen. Ich kann das nicht zielen mit dem Controller. Oh Gott. Ah. Treff die nicht. Ich hab gleich schon alle weg. Oh nein. Du musst die mit den Kreuzen machen, ne? Ja, aber der ist... Oh, da kommen voll viele. Oh Gott, da kommen ganz viele. Oh Gott, ich treff nicht. Oh, it's a triple. Oh mein Gott, ich treff nicht. Gut, dass du so Talent dafür hast. Weil ich treff nicht. Was ist daran so schwer? Alles. Hä? Ich hab einen Controller und muss auf den gezogen. Ja, hab ich doch auch. Ja, schön, dass du das kannst. Ich kann das halt nicht. Vor allem ging das auf Zeit. Das war gut, dass ich was getroffen hab. Und du hörst immer die Dinge, die ich gerade angeteilt hab. Ja. Du hast getötet. Egal wie man's macht, man macht es falsch. Ja. Du beschwerst dich auch nur. Das hab ich mich jetzt auch beschwert. Tja. Können wir den runterschubsen bitte? Alle runterschubsen einfach. Warte mal, wir gehen nochmal. Okay, der ist runter. Hier, der auch. Und jetzt der Goldene. Nicht mich. Nicht mich. Hä? Das ist der Julius. Ja, aber du hast mich da fast mit reingedrückt. Der Julius. Warte, lass den nochmal da rausdrücken. Genau. Alter. Ja, sehr gut. Tschüss, Julius. Die Rüstung ist jetzt nicht mehr so golden. Die rostet jetzt ein bisschen. Diese Ritter brachten uns gute Beute. Beute? Fighting. Fighting. Making. Make fighting easy. Schubst die Leute runter. Ja, wenn die jetzt dumm sind und auf einer Brücke kämpfen. Nein. Weeps. Weeps. Letzter Weep Army. Sind Weeps. Sie sind schwach. Achso. Wir werden 10 zu 1 in der Überzahl. Und sie hatten ein gutes Jahr. Was ist das denn für Zeug? Steht auf der Kiste drauf. Sag doch mal. Wir werden eine Flotte brauchen. Jetzt werden die Samurai angegriffen. Es war Zeit. Nein, Elder Scrolls Online habe ich ganz am Anfang einmal kurz gespielt und dann nie wieder. Nachdem man dafür monatlich bezahlen musste, hat es mich nicht interessiert und danach, als es gratis wurde, hat es mich auch nicht mehr interessiert. Wow. Ja, es war halt zu spät. Da haben wir aber gar nicht viel gefunden diesmal. Und so, du benutzt das mit dem ersten Gesetz und wenn das zweite Gesetz falsch ist, tritt das erste in Kraft. Das benutzt du ganz schön oft. Das wird ganz schön oft benutzt von dir. Ich verstehe dein Argument nicht. Ja, das hat irgendwann keinen Mehrwert mehr. Kein Mehrwert mehr. Guck mal, Kai Okobe. Den Strand hinauf. Was? Achso, ich muss da mal draufdrücken. Das ist immer weg bei mir alles. Stärkende Plakane. Oh, jetzt sind wir wieder plümmend drin. Ach, weißt du was? Ich nehme jetzt einfach diesen komischen Heil-Dings wieder. Den ersten, ne? Ja, es ist einfach zu anstrengend alles. So. Aber warte, dann nehme ich nicht zäh wie Leder, dann nehme ich das hier. So. Ich bin auch gerade zu faul, mir die ganzen Kombos sich da zu leeren. Ja, weil du eh den Charakter immer wechselst. Das ist halt voll das Problem. Das ist voll anstrengend. Jetzt sind wir in Reap Town. Und was machen die Weaps dann? Kämpfen die dann gegen beide und hauen beide kaputt? Äh, das wäre interessant. Oder machen die einfach ihre Animus und sind glücklich? Na ja, ist ja auch kaum auffällig, ne? Dass die nicht versuchen, äh, die Ritter platt zu machen. Weil die sind doch an allem schuld. Quasi. Hä? Oh. Upp, upp, upp. Äh. Da ist Rotog. Oh, oh. Oh nein. Ein Schiff geht drauf. Da hilft die Trommel auch nicht mehr. Oh. Tschüss. Wer hat zum Schiff geplumpst, hast du gesehen? Hm. Ähm. Da ist die Trommel jetzt wichtig. Ja, für den Rhythmus. Oh. Uh, die haben voll die schwere Waffe. Die sind ja voll, oh, die sind ja voll vorbereitet. Ja. Die sind einfach reingebrettet. Die Flick hier so scheiß drauf. Wenn du dir wehtust, spucke drauf, weitermache. Ich heiße euch willkommen. In Weep Town. Die Tore dieser Festung wurden hundert Jahre lang nicht entdeckt. Oh Gott, hier wird übergeschossen. Einfach nur hindurchgehen. Ich glaube, wir können nicht zusammenbleiben in diesem Gefecht. Hm. Bisschen unübersichtlich gerade. Ich gucke gerade, ob hier L1s sind. Aber ich sehe keine. Das wäre ganz schön hart. Jetzt nur L1 ist hier. Oh, hier ist, hier ist einer. Ein L1? Ne. Ein böser. Ein böser Samurai. Oh. Ja, die sind hier auch bei mir. Und ich werde hier gerade gepummelt. Der hat meinen Stunnschlag geblockt. Der Penner. Der alles wegblockt, der Kack-Samurai, ne? Oh Gott. Oh Gott, ich mach... Ich kann... Ich kann... Ich kann einfach nicht diese... Das ist alles... Ich sterbe! Was ist denn jetzt los? Wo bist du denn? Man will ein Brems-Hüter-Spiel. Dabei sind das doch Normalos gegen die Rear-Camps gerade. Ja. Die Special-Typen haben wir gerade gemacht da hinten. Komm halt voll nicht klar. Ich bin tot. Echt? Ja. Aber warum denn hier? Weil da so viele Kleine waren. Die haben mich alle gepikst. Und dann war ich verwirrt und bin gestorben. Aua. Oh nein. Warte, ich kann dich vielleicht wieder beheben. Acht Sekunden. Ja, ich bin gleich da. Ah, lasst mich durch, ihr Kleinen fetter. Nein. Ach, scheiße. Die haben mich nicht durchgelassen. Oh, fuck. Ach, scheiße. Man kann ja nur parieren, wenn man... ...her zwei drückt. Ich seh den zu... Ich seh die Gegner meistens gar nicht, weil sie hier im... ...im Gemenge von unter gehen. Einfach tot spammen. Nicht zu viele Gedanken machen. Oh. Die ziehen sich zurück. Die müssen da hoch irgendwie. Ja, ich weiß. Ich mach hier gerade die Kleinen alle weg. Das war gar nicht das. Das war gar nicht diese Flagge zum Aufstellen. Nein. Ich dachte, das wäre so eine Flagge zum Aufstellen. Die waren zum Retten. Die hast du jetzt gerettet. Töte alle Feinde an der Mauer. Nee, nee. Ich meinte... Ich meinte meine Fähigkeiten gerade. Ach so. Ich dachte halt, das wäre so eine Flagge zum Aufstellen. Meinst du das Kreuz? Nee, das halte ich instant. Dann hab ich das wohl noch nie eingesetzt gehabt. Gut. Mein Gott, die kleinen Ads, ne? Ähm, kommt man da hoch. Hm. Kommt man... Hä? Was denn? Kommt man denn da hoch? An die Mauer. Bestimmt irgendwie. Irgendwie. Ach so. Das ist sehr aufschlussreich. Irgend, irgendwie. Sehr aufschlussreich. Also der Dude, der da oben steht, der kommt jetzt auf jeden Fall mal runter. Warte mal. Ja, da ist er. Unser Ziel ist unten. Ach, das sind ja noch mehr Weeps. Oh Gott. Ja, das sind ziemlich viele. Okay, ich muss mal hier gegen zwei Weeps kämpfen. Ich hab doch da hingedrückt. Ja. Ja. Das Problem ist ja nicht, irgendwie zwei zu bekämpfen, ne? Weißt du, was das Problem ist? Die kleinen Ads, die dich dann auch noch hauen. Ja, weil die jetzt hier mal so straggern. Wir müssen doch irgendwie da hoch. Ich mach hier erstmal, müssen wir das Ziel kaputt machen hier. Welches Ziel? Was hier bei mir ist. Ach so, dann ist das nicht mehr da oben. Okay. Moment, dann helfe ich dir dabei. Ja, nett. Ja, ich wusste ja nicht, dass das nicht mehr da oben war. Ich dachte, der würde einfach chillen, weil wir da nicht hochkommen. Natürlich darfst du die Exekution machen. Weißt du, ich mach die ganze Arbeit. Ruf die Seilwerfer. Seilwerfer! Seilwerfer? Alter, wie viele Reeps kommen denn hier runter? Du sollst da gar nicht hoch. Ach, da hinten. Wieso denn diese Seilwerfer? Hier bei der Hand. Wo ist die Hand? Mann. Ich hab sie geholt. Oh. Gieß so. Oh. Jetzt macht er das selber, wa? Okay. Und kein Reep denkt sich, oh, ich sollte diesen Haken mal entfernen. Oh, ausweichen. Oh, nein. Ah, lol. Oh, die werfen Stein. Warum machen sie nicht einfach den Haken kaputt? Oder das Seil. Oder schneiden das Seil durch. Oh, das hab ich nicht gesehen. Ah, oh, oh. Die Pfeile. Oh, jetzt greift er den Haken, weißt du? Wow. Oh, lol. Das war zu spät. Da kam die Haken. Hallo, was ist das hier? Das ist ein Mann. Rage, verbessert dein Sprinttempo ein wenig. Das Tor öffnen gehen. Das Tor öffnen gehen. Wir sind hier oben. Oh, ich hab auch so einen Mann. So einen Mann? Ja, so einen Mann. Oh, warte mal. Das ist doch bestimmt ein L1. Das ist ein, äh, achso. Oh, du kämpfst da ja. Ja, ich kämpfe hier. Was machst du da? Warten, bis er angreift. So still gestanden. Aua, ich wurde gestunt. Oh, hier ist ein Roadie. Roadie, wo ist der? Ja, wo bist du denn jetzt hin gelaufen? Siehste, du bist wieder ohne mich so weggelaufen. Und jetzt weiß ich nicht, wo du bist. Vielleicht bin ich einfach weitergelaufen. Ja, ich hab doch noch gekämpft. Du wärst fertig. Ach. Ich hab exekutiert. Das hat noch ewig gedauert. Okay, warte. Ich geh mal eben hier lang und mach die Bogenschützen weg. Ich seh den Roadie, aber die nur meins. Stun den nochmal. Oh, der macht das nicht. Der blockt alles. Jetzt, nein. Hab ihn. Hab ich gesehen. Ich hätte auch exekutieren können, aber ich hab's verkackt. Da hab ich ihn mal spammet bei sowas. So viele Wege. Hier ist ein L1. Wo war denn dein L1? Ich hatte kein L1. Das Katapult hast du. Schub's ihn. Stimmt. Die Idee. Tschüss. Oh. Oh, du so. Sie war noch nicht tot. Oh, was ist das hier? Du hast gefunden. Aha. Der Mann mit der Maske. Er hat aber das geilere Schwert, finde ich, leider. Ähm. Okay. Ist das ein Special? Das ist ein Special, ne? Ja. Ist das ein Orochi? Orochi? Oh, ich wollte ihn runter... Oh, Mann. Kannst du nicht alle immer runterschubsen. Aber er ist nicht richtig gefallen. Ich glaube, ich wollte... Oh. Tschüss. Du kannst ja nicht immer alle runterschubsen. Er ist gefallen. Das war nicht meine Absicht. Hier ist bestimmt ein L1 irgendwo. Was ist denn hier? Da hinten die Statue ist bestimmt... Da die Tür ist ein L1 hier. Die Kette sollte reißen. Ah, hier. Okay. Warte, wir machen mal die Bogenschützen hier weg. Guck mal, die mobben die nämlich. Oh, fuck. Das war eine Mauer. Was ist das hier? Schlachtruf. Okay. So, hier ist unser Ziel. Okay, mach mal. Okay. Die Kette sollte reißen, ne? Okay. Ja. Wee! Ich denke, die reißen... Oh, okay. Er hat doch reißen gesagt, oder? Ja, ich dachte... Oder hat er reißen gesagt? Ich dachte, wir wollten die kaputt machen, aber okay. Jetzt mussten wir sie nur noch zurücktreiben. Na? Kensei? Komm, der hat doch nicht mehr viel. Upsa! Ich wollte ihn endlich exekutieren und nicht wegrollen. Äh... Denk ich richtig? Au! Warum tust du sowas? Ich dachte, du drückst das auch. Ich hab sie eine Sekunde später... ... als du drückt. Erste, was man drückt... Oh, das sind... Hä? Was sind denn jetzt die Reeps und was nicht? Die roten eigentlich, oder? Moment, ich muss zu den roten rüber. Hä? Äh... Keine Ahnung. Aua. Alter, die sind zu schnell! So, Exekution hier. Der ist schon tot. Hallo, was willst du? Hä? Ne, ich meine, ich rede mit dem Bärmann. Achso. Ähm... Ich komm hier nicht durch. Ne, ich will mich mal umbringen. Das ist so ein Jimmy Jam von mir. Jimmy Jam? Wie du mir den Kill klausst. Das ist so lustig. Äh, äh. Alle klein wegmachen. Gott, man kommt hier halt einfach nicht durch. Keine Ausdauer mehr. Wenn wir aufhören mit dem... Oh, die Glocke. Äh, aber wenn die NPCs doch mittendrin stehen, ist das richtig scheiße. Ah! Ich seh nichts! Äh! Man muss sich immer einen eigenen suchen. So, hier. Nein, den will ich nicht! Ach komm, scheiß drauf. Zurück zum Strand? Zurück zum Strand? Ich will nicht baden gehen. Sichere die Festung. Zurück zum Strand. Dass ich meine Ausdauer immer noch nicht erholt hat, ey. Jetzt, okay. Oh, komm er denn näher? Er liegt da so lustig. Hier ist ein L1. Huh? Oh. Wenn du gleich den Fisch da siehst, das ist ein L1. Das ist ein Fisch? Ja. Stop talking. Weep shit, man. Also, ich verstehe kein Wort. Okay. Äh. Ah. Oh, ups. Er hat doch Revenge bekommen, du. Hat er das. Ich hab doch dahin geblockt. Ach, er mit seinem Blocker wieder. Oh, pass auf. Aua. Das ist nicht gut, wenn wir beide hauen. Jetzt bin ich tot. Oh, nee, doch nicht. Oh, er hat schon wieder Revenge. Oh, wir haben mich blockt. Oh, wir haben mich blockt. Oh, wir haben mich blockt. Der hat mich ge-guard-braked. Oh, was, schon wieder? Ja, natürlich kriegt der richtig schnell Rage. Oh, fuck. Ich muss mich heilen. Aber dabei bin ich immer extra weggeblieben. Ab ihn. Oh, okay. Jetzt hast du den Fisch nicht. Ja, das hab ich wohl. Oh, Kirschblüten. Japanisch nicht zu verstehen. Ja, begonnen. Weil echt wie doof. Er labert er sein ganzen Weepshit. Und dann ... Oh, 0,0 zerbrechlich ist. Krass. Ich versteh immer noch nicht, warum die nicht mal sauer auf die fucking Ritter sind. Die Ritter, weil die Ritter cool sind. Ja. Die Ritter verbrennen das ganze Essen. Und ich so, ach, wie wär's, wenn wir jetzt mal die Samurai angreifen? Wer hat noch keinen Stress gehabt? Er gibt Sinn. Um die Stadt des Kaisers zu erreichen, mussten die Wikinger jetzt Mühre durchqueren. Hier würde schiere Kraft nicht ausreichen. Können und Wissen wurden für die sichere Durchquerung benötigt. Die Walküre des Kriegsblutclans Runa wurde entsandt, um einen Weg zu finden. Mühre, ein passender Name für diesen schrecklichen Ort. Man schickte mich, um einen Weg zu finden. Suchen wir für den Anfang einen Außenposten, ein Lager oder sonst irgendwas. Ist voll hübsch hier. Hm. Geht so. Ganz schön matschig. Oh, Gegner. Jetzt viele. Holy fuck. Ich kann doch mit der gar nichts. Tja. Ist auch ein bisschen Steppy Step Step, ey. Boah, die Grafik-Glitch ist, wenn du in einem Baum hängst, ne? Oh, die Exekution so. Ja, 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 ja. Oh, ich hab Revenge. Oh, die Gäste. Holy fuck. Oh, die hat ein Blinden-Granate geworfen. Oh, die. Das ist natürlich unangenehm. Wo ist ein Klüger? Auch bei dir. Oh. All right. Oh, der hat ein Blinden-Granate geworden. Das ist natürlich unangenehm. Wo ist ein Klüger? Ja, ich wollte die Krüge kaputt machen. Ich wollte das denn eins hören. Da hat mich so ein Samurai hier angekauft. Ähm, oh. China-Böller. Achso. Das ist so ein Feuer, das nichts Gutes heißt für uns. Wen auch immer der Krieger alarmiert hatte, ich musste mit ihm reden. Hier, warte mal. Äh, lass mal zurückgehen. Wo waren die Krüge? Da vorne. Warte mal. Komm mal hier hin. Hier ist ein L1. Ein Schiff. Muss ich mir auch nochmal anhören. Das ist jetzt gerade abgebrochen. Hier geht es auch lang. Ich kann... Warum kriege ich das nicht angezeigt zu drücken? Hier ist nichts. Das Tor ist doch bestimmt auch eins. Ja, hier am Tor hängen Leichen. Den Strand zu erobern war eine Sache. Möhre zu durchqueren. Zurückgelaufen zum Anfall. Wo war der Anfall? Da wo mein Zeichen ist. Der Reichtum der Samurai lag hinter dem Sumpf. Oh, hier. So, und du hattest irgendwo noch Krüge. War da noch eins? Nee. Da läuft das noch Krüge irgendwo, hast du gesehen. Hm. Weiß aber nicht mehr, wo. Wann die hier in dem Loch? Ah, da. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Da war kein Loch. So, jetzt können wir weitergehen. Oh nein. Ich tue so. Wie sie sich dann sofort zu dir drehen? Sie hatten einen unserer Kundschafter gefangen. Weil ich ihnen wehgetan habe. Oh. Keine. Ich staue an mir. Oh, oh. Oh, Step, Step. Oh, man kann den hier reinschubsen. Oh, schade. Ich krieg ständig Exekution mit ihr. Was los, Alter. Hier ist ne Ernst. Die Überwachung und Verteidigung von Myra obliegt den vielen Häusern der Daimyo. Ihre Verteidigung ist... Oh, wie die jetzt aufgehört hat zu reden. Was ist da oben? Weiß nicht, ich würd mal gucken. Gisten? Sperrwurf. Oh. Oh nein! Nein! Ich bin auch gefallen! Welp! Der andere ist hinterher gekommen. Er hat alles kaputt gemacht. So viel dazu. Wieso klettert uns der scheiß NPC denn hinterher? Ist der Sperrwurf jetzt noch da oben? Mal gucken. Ja, der liegt wieder hier. Gut Job NPC. Rasender Raubvogel. Was ist los? Warum machst du... Was läuft zu? Wegen deiner Aufnahme. Könntest du halt Videodateien auf meinen Rechner schieben. Übers Netzwerk. Er hat mir eine Blendsgranate geworfen. Dürfte eigentlich kein Weilchen dauern, weil ich ja extra einen schnellen Switch hab jetzt. Aua. Alter. Dann riech ich das halt gar nicht, wenn's mach ich. Ich bin tot. Wieso? Ja, der Roadhog hat mich gemacht. Nicht Roadhoggen. Oh, vielleicht kann ich dich kurz... Vielleicht ignorieren die mich kurz und ich kann dich wiederbeleben. Ähm. Oh, gerade so! Wo ist der Roadhog? Oh, hinter mir. Er so. Aua, wieso? Beide wollten den Roadhog kill. Ja. Links, rechts, links. Oh, jetzt habe ich keine Austausch mehr. Das war zu lustig. Wie er hinterher läuft. Du so. Meiner hat gesessen. Mann. Oh, ich wollte den. Hier ist bestimmt ein L1 im Dings. Ich halte mich, wo es zu dem Dachs geht. Was du nicht gesehen hast? Hier ist ne Kiste. Was? Hä? War da ne Feuergranate? Vielleicht. Eine hab ich schon. Lass mal nicht um X gehen. Hier ist bestimmt noch was versteckt irgendwo. Tschüss. Bre... We are... Bre... Es ist kein Brev. Es ist falsch geschrieben. Aber wahrscheinlich soll es Brev heißen. Hier ist was zum Sammeln übrigens. Oh, Moment. Ich bin dein Freund. Lass mal. Nein. Da hinten im Wald noch was ist. Hier. Oh, geil. Uh. Da war ein Bogenschütze, der auf mich geschossen hat. Was hast du jetzt noch gefunden? Vorne am Tor das Vasendinghasse. Ich muss zu den Darts. Ja, dann nix. Okay. Nix, was dich interessieren könnte. Dann gehen wir jetzt. Hier ist noch ein Kugelhagel. Den nehm ich auch mal mit. Gehen wir jetzt. Und komm nie wieder. Hier, nimm das mal mit. Kann ich nie wieder nehmen. Vielleicht weiß einer von denen, wie man zur Stadt kommt. Ich auch nie. Feuergranate. Weil ich eine sove Granate hab. Oh, ach so. Hier ist ja der Böse. Wo bist du denn hin? Ich hab die Feuergranate geholt. Hier ist einfach focused. Klar, ist mein Job. Kommt der nächste. Oh, war es vorbei? Au, war es? Ey. Ey, ich hab gekontert eigentlich. Wie du ihn pokerst. Warte, geh nicht rein. Oh, du so. Brautalk brennt. Also. Hat mich geblockt. Tschüss, Roddy. Ich hab die Speer reingepiekst. Ja. Ziel erfüllt. Ist der andere tot schon? Ist gestorben am Feuer? Hi. Hi. Okay. Also. Ach so. Was haben sie gesagt? Ich spreche ihre Sprache nicht. Ich wusste es. Wie sie geguckt hat. Keine Ahnung. Tja. Jetzt. Brauchen wir Karten. Es gibt ein Kloster. Ich liebe das. Woher weißt du das? Hm. Das ist so. Ich weiß nicht, ob das ungewollt komisch ist oder mit Absicht. Weißt du, ist das ungewollt lustig oder die wollten das so? Ich weiß nicht. Warte hier auf uns. Sie wird nicht warten. Äh. Nee. Hallo Selora. Hallo. Und auf geht's. Hahahaha. Cool. Untertitelung des ZDF, 2020